Hallo und Servus zusammen. Heute zeigen wir euch, wie unsere neuen Windabweiser für den Handschutz der BMW R1300GS angebaut werden. Hier seht ihr den Lieferumfang und das benötigte Werkzeug zum Anbau. Zuerst muss man die kleine Schraube am originalen Windschutz entfernen. Dann wird die etwas grössere Schraube beim Lenker entfiehlt. Danach wird die Schraube vorne am Handprotektor gelöst. Jetzt erst kann der kleine originale Windschutz entfernt werden. Dann kann der neue Windabweiser eingesetzt werden. Und jetzt wird die Schraube vorne am Handprotektor wieder angezogen. Innen wird der neue Windabweiser mit der Schraube aus dem Lieferumfang befestigt. So sieht das Ganze dann aus und ihr seid noch besser gegen Wind und Wetter geschützt. Das war es auch schon wieder für heute. Also Servus und bis zum nächsten Video.